Katzen sind erstaunliche Geschöpfe und wir müssen noch viel über sie lernen. In diesem Video konzentriere ich mich auf ihren Geruchssinn und wie sie ihn nutzen, um sich in ihrer Welt zurechtzufinden. Sie werden überrascht sein, wie stark der Geruchssinn einer Katze ist und was das für ihr Überleben bedeutet. Lehnen sie sich zurück und entspannen sie sich, während ich sie auf eine Reise in die geheime Welt der Katzen und ihrer Nasen mitnehme. Können Katzen besser riechen als Hunde? Katzen besitzen ein ausgeprägtes sensorisches System, das wesentlich präziser ist als der Mensch. Während unsere Sinne eine höhere Konzentration an Reizen benötigen, um etwas zu erkennen. Katzen können selbst die kleinsten Veränderungen in ihrer Umgebung problemlos wahrnehmen, vor allem wenn es um Geruch geht. Katzen sind mit erstaunlichen 200 Millionen Geruchsrezeptoren in ihren Nasengängen ausgestattet. Das ist weit mehr als die mageren 6 Millionen, die in menschlichen Nasen gefunden werden. Während einige Hundeassen wie Bluthunds etwa 600 Millionen Rezeptorzellen haben. Die meisten anderen Hundetypen haben im Vergleich zu Katzen nur deutlich weniger Rezeptoren. Faszinierenderweise sind Katzen, Hunden und Menschen unglaublich überlegen, wenn es um die Fähigkeit zur Geruchsidentifikation geht. Während die meisten Menschen zwei V1R-Rezeptoren besitzen, die für die Geruchserkennung in ihrer Nase verantwortlich sind. Eine Katze hat ungefähr 30. Während diese Zahl bei Hunden nur 9 beträgt. Katzen haben einen außergewöhnlich starken Geruchssinn, über den wir staunen sollten. Katzen besitzen den durchdringendsten Geruchssinn unter diesen Arten und können erkennen und nehmen sie kaum unterscheidbare Gerüche wahr, die sowohl für Menschen als auch für Hunde identisch erscheinen können. Mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn können sie Beute erkennen und verfolgen. Darüber hinaus haben diese Kreaturen die Fähigkeit, zwischen essbaren und ungenießbaren Objekten zu unterscheiden. Giftige oder harmlose Substanzen erkennen, allein am Geruch erkennen, wo sich andere Tiere oder Menschen aufgehalten haben, auch wenn du dich verirrst, und finde einen Weg zurück nach Hause. Geruch als Reviermarkierung Katzen sind instinktiv territoriale Tiere und markieren ihren Lebensraum oft mit Urin oder Kot, besonders wenn sie Zugang zum Freien haben. Dies liegt daran, dass Katzen ihren ausgeprägten Geruchssinn nutzen, um unbekannte Katzen zu erkennen, die in ihr Revier eindringen. Sowie festzustellen, wann andere Katzen in ihre eindringen. Infolgedessen verwendet ihr Katzenfreund Markierungsverhalten, um seine Domäne vor potenziellen Bedrohungen und Konkurrenten zu schützen. Während der Paarungszeit verlassen sich diese Tiere auf ihren starken Geruchssinn, um potenzielle Partner zu finden. Weibliche Katzen produzieren einen ausgeprägten Geruch, bekannt als Pheromone, die Menschen von Weitem unterscheiden können, aufgrund der Stärke und Sensibilität dieses besonderen Sinnes. Katzen haben unglaublich empfindliche Nasen, die es ihnen ermöglichen, die Anwesenheit anderer Katzen in ihrer Nähe zu erkennen. Ob sie nach eindringlingen patrouillieren oder nach einem potenziellen Verehrer suchen, Katzen sind stark auf ihren Geruchssinn angewiesen. Katzen entscheiden mit ihrer Nase, welches Futter sie fressen. Im Gegensatz zu Menschen, die ihre Mahlzeiten nach Geschmack auswählen, sind Katzen gezwungen, sich auf ihren ausgeprägten Geruchssinn zu verlassen. Mit einer extrem begrenzten Anzahl von Geschmacksknospen können Katzen den Geschmack von Nahrung nicht wirklich einschätzen. Sie haben keine andere Wahl, als sich bei der Auswahl dessen, was sie als nächstes essen werden, stark auf den Geruchssinn zu verlassen. Katzen verlassen sich stark auf ihre Nase, um festzustellen, ob eine Mahlzeit den Verzehr wert ist. Auch wenn das Essen nicht unbedingt so schmackhaft ist, werden sie sich zu hocharomatischen Gerichten hingezogen fühlen. Dieses Verhalten kann bemerkt werden, wenn sie ihrer Katze eine Mahlzeit anbieten, sie werden es zuerst riechen, bevor sie beißen. Der Appetit von Katzen hängt weitgehend von ihrem Geruchssinn ab. Katzen verlassen sich stark auf ihren Geruchssinn, und wenn ihre Nasengänge aufgrund von Verstopfung blockiert sind, wird dieser erheblich beeinträchtigt. Infolgedessen können Katzen ihren Appetit verlieren, wenn sie den Geruch von Futter nicht wahrnehmen können, da dies ein wesentlicher Faktor für die Stimulierung des Hungers ist. Folglich ist eines der am weitesten verbreiteten Symptome bei Atemwegsinfektionen, oder Erkrankungen der oberen Atemwege sind Appetitlosigkeit. Starke Gerüche können Atemprobleme bei Katzen verursachen. Katzen sind unglaublich geruchsempfindlich, was sie anfälliger für Atemprobleme macht, wenn sie stechenden Gerüchen ausgesetzt sind. Gerüche, die Katzen als unangenehm empfinden, können unerwünschte Verhaltensweisen wie Aggression oder Reizbarkeit hervorrufen. Daher müssen Besitzer von Katzen besonders auf die Gerüche achten, denen ihr Haustier täglich ausgesetzt sein kann. Obwohl Katzen einen unglaublich starken Geruchssinn besitzen, können bestimmte Düfte für sie sehr irritierend sein. Selbst scheinbar harmlose Aerosolspreis können eine schwere Entzündungsreaktion in ihren Nasengängen hervorrufen und führen zu Komplikationen der oberen Atemwege. Katzenbesitzer sollten auf die Vielfalt der Gerüche achten, die Katzen zum Niesen und starken Nasenausfluss bringen können. Von Parfums über Aerosolspreis bis hin zu Weichspülern. In Extremszenarien könnten diese Substanzen sogar zu bakteriellen Sekundärinfektionen führen, die eine tierärztliche Behandlung erfordern. Daher empfiehlt es sich, die Verwendung von stark riechenden Produkten einzuschränken, wenn Katzen in der Nähe sind, besonders bevor man ein Kätzchen oder eine Katze ins Haus bringt. Wenn Sie bei Ihrer Katze Anzeichen von Atemwegserkrankungen feststellen, ist es wichtig, sie zu einem Tierarzt zu bringen. Sobald wie möglich, um mögliche schwere Lungenerkrankungen richtig zu analysieren und zu beseitigen. Sofortiges Handeln kann dazu beitragen, die Gesundheit Ihrer geliebten Katzen langfristig zu sichern. Der Geruchssinn einer Katze ist wichtig für Ihr Überleben und dafür, wie sie ihre Umgebung wahrnimmt. Indem wir verstehen, wie eine Katze riecht, können wir ihr eine bereichernde Umgebung bieten. Wenn Sie mehr über Katzen und ihre Sinne erfahren möchten, liken und abonnieren Sie Katzenwelt. Vergessen Sie nicht, die Glockenbenachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie keinen neuen Opload verpassen. Und lassen Sie uns in den Kommentaren unten wissen, welche anderen Themen wir behandeln sollen.